In diesem Video geht es um die Aufbewahrung von Kaffeebohnen. Wir schauen uns die größten Fehler bei der Kaffeeaufbewahrung an. Kann Kaffee eigentlich in den Gefrierschrank? Und am Ende gibt es ein kleines Fazit, wie ich meine Bohnen in verschiedenen Situationen aufbewahre. Die Kaffeeaufbewahrung. Diesem Mysterium bin ich einmal auf den Grund gegangen. Wieso euer Kaffee frisch geröstet sein sollte und wann man ihn am besten trinken sollte, darauf bin ich in diesem Video hier eingegangen. Ich verlinke es euch auch nochmal am Ende dieses Videos. Dort habe ich bereits angesprochen, dass durch eine Verbrennungsreaktion beim Rösten von Kaffee CO2 entsteht. Dieses CO2 befindet sich in der Bohne, weswegen die Bohnen, je nach Röstung, die ersten Wochen zunächst ausgasen sollten, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Nach dem Öffnen der Packung sollte man den Kaffee am besten innerhalb von wenigen Wochen verbrauchen, weil die Bohnen nach Öffnung stetig an Aroma verlieren. Das liegt nämlich mitunter an Oxidationsprozessen. Das CO2 vom Röstprozess dient da zunächst als Schutzhülle für die Bohne. Doch sobald dies verflogen ist, reagieren die Öle und Fette in der Bohne mit der Luft. Wenn Sauerstoff an die Bohnen kommt, setzt es eben diese Oxidation in Gang und sorgt dafür, dass der Kaffee viel schneller altert. Kaffee ist nämlich sehr empfindlich. Neben Sauerstoff sind Wärme, Licht und Feuchtigkeit weitere Erzfeinde vom Kaffee. Fehler bei der Lagerung können die Alterung des Kaffees eben beschleunigen, weswegen es wichtig ist, den Kaffee korrekt zu lagern. Zu den größten Fehlern der Lagerung gehört, dass Kaffeebohnen teilweise offen gelagert werden. Hier kann der Sauerstoff natürlich einfach an die Bohne gelangen. Dazu zählt aber auch die Lagerung im gefüllten Bohnenbehälter der Mühle, welches man oft sieht. Diese sind nämlich nicht luftdicht. Oben verschließt der Behälter, schon ganz okay, aber über den Mahlauswurf durch die Mühle gelangt der Sauerstoff dann an die geliebten Bohnen. In unserer Kaffee-Ecke finden wir weitere Gefahrenquellen für unsere Bohnen, auch in Bezug zur Wärme. Die Tassenheizung ist perfekt für Tassen, aber nicht für Kaffee. Den Temperaturwechsel mögen die Bohnen gar nicht. Auch mein Siebträger strahlt seitlich einiges an Wärme ab, weswegen man die Packung am besten etwas entfernt davon aufbewahren sollte. Im Sommer wird es bei mir unter der Dachschräge teilweise auch sehr heiß, weswegen meine Bohnen dann in mein Kaffee-Eckregal kommen, welches ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Dort ist es dann um einiges kühler. Die Sonne, die direkt zwei Fehler verbindet. Es wird nicht nur warm, sondern es wird zugleich auch sehr hell. Die UV-Strahlung schadet dem Kaffee. Ich habe früher auch einige Zeit manche Bohnen in einem Glasbehälter aufbewahrt, weil ich noch einen passenden Behälter gesucht habe. Und zu Recht habe ich Anmerkungen dazu bekommen. Zwar ist es praktisch, man sieht direkt, wie viele Bohnen man noch hat, und man kann den Behälter gut luftdicht verschließen, aber ein Glas ist durch seine Lichtdurchlässigkeit nicht optimal. Ich habe schon eine Glasvariante einer Aufbewahrung gesehen, die wohl UV-Strahlung abhalten soll. Die Hersteller denken auf jeden Fall mit. Der Kühlschrank, um Lebensmittel frisch zu halten, sicher nicht verkehrt. Aber Kaffee? Ein Temperaturabfall verlangsamt die Alterung von Bohnen definitiv für eine kurze Zeit. Aber durch den Temperaturwechsel, weil man die Bohnen tagtäglich braucht und wieder herausnimmt, entsteht Kondenswasser und damit Feuchtigkeit, welches der Bohne nicht gut tut. Zudem hat der Kaffee im Kühlschrank auch die Gelegenheit, fremde Aromen und Gerüche aufzunehmen. Deswegen ist dies nicht der perfekte Ort für die Aufbewahrung. Aber wie lagert man Kaffee nun richtig? Die Erkenntnisse aus den Fehlern sind zum einen, dass der Behälter am besten natürlich luftdicht und lichtgeschützt sein sollte. Das Ganze dann an einem trockenen Ort. Wieso also nicht den Kaffee in seiner originalen Tüte aufbewahren? Es klingt banal, aber tatsächlich ist es zunächst die beste Aufbewahrung für frisch gerösteten Kaffee. Lichtgeschützt ist die Packung und verschließen kann man die Kaffeepackungen in der Regel auch. Normalerweise haben viele Kaffeepackungen diese Sipferschlüsse. Manche Röstereien entscheiden sich aus nachhaltigen Gründen dagegen. Sie sind aber dennoch sehr praktisch, weil man den Kaffee direkt in der originalen Tüte einfach verschließen kann. Haben die Packungen keinen Sipferschluss, kann man sie mit solchen Clips hier verschließen. Ich bin auch kein wirklicher Fan davon geworden, weil ich immer denke, dass sie luftdurchlässig sind. Dennoch bewahren sie einen Aspekt. Und zwar das Beste an der Lagerung in der originalen Tüte ist, dass die Bohnen das CO2 in dieser Tüte ausgasen können. Dieses bleibt dann wie ein Film im unteren Bereich der Tüte erhalten und schützt die Bohnen vor dem Sauerstoff. Da CO2 schwerer als Luft ist, sollte die Packung deswegen immer stehend gelagert werden. Weswegen man die Packung also wenig kippen sollte, damit dieser Schutz erhalten bleibt. Das Beste Vorgehen dafür ist, wenn man den Kaffee portionsweise mit einem Löffel aus der Tüte entnimmt. Weswegen sich auch mein bewährtes Single-Dosing am besten dafür eignet. Bevor also der Espresso bezogen wird, die Menge für sein Sieb abwiegen. Wem das Ganze etwas zu knauserig ist, dem empfehle ich am besten Tagesrationen in seinen Bohnenbehälter zu füllen, die man im Laufe des Tages aufbraucht. Auch das Vorgehen mit dem Löffel hat für mich nicht immer funktioniert. Beispielsweise bei manchen 250-Gramm-Packungen, die etwas kleinere Öffnungen haben, ist dies kaum möglich. Letztlich setze ich dann den Umstand in Relation zum Erwartungswert und mit dem Kippen der Tüten konnte ich persönlich in kürzerer Zeit nämlich keinen Qualitätsverlust der Bohnen feststellen. Bei mir halten die kleinen Packungen natürlich auch nicht sehr lange. Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist es nach Theorie empfehlenswert. Weitere kleine Fragen zum Thema Lagerung. Sollte man die Kaffeepackungen ausdrücken, um den Sauerstoff zu entfernen? Tatsächlich habe ich das auch schon mal gemacht. Aber nein, in der Regel ist es nicht ratsam, weil ansonsten das CO2 aus der Packung ebenfalls herausgepresst wird, welches den Kaffee konservieren soll. Der Sauerstoff wird bei frischeren Röstungen mehr oder weniger automatisch durch das CO2 verdrängt. Wie stehe ich zu Single-Dosing-Gefäßen? Zur Vorbereitung für die nächste Kaffee-Session füllen einige die kleinen Portionen in kleine Röhrchen. Auch davon würde ich erstmal abraten, weil die meistens einerseits lichtdurchlässig sind und durch das Umschütten ebenfalls einiges an CO2 verloren geht und damit die Bohnen schneller altern. Der Gefrierschrank. Ja, auch der ist umstritten, sollte aber nochmal etwas anders als der Kühlschrank betrachtet werden. Bevor ich darauf eingehe, die Anmerkung, dass man natürlich immer so viel Kaffee kaufen sollte, den man in den nächsten Wochen verbrauchen kann. Falls es aber eben doch mal vorkommt, dass man zu viele Tüten zu Hause hat, ich kenne es nur zu gut, zum Beispiel von Geburtstagen, dann kann der Gefrierschrank eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit sein. Die Alterung der Bohnen wird durch viel kältere Temperatur stark verlangsamt und hier besteht aufgrund der Temperatur ebenfalls weniger Gefahr für Fremdgerüche. Jedoch sollte man hier ebenfalls mit der Feuchtigkeit aufpassen. Nachdem man die Bohnen aus dem Gefrierfach geholt hat und direkt öffnet, würde sich direkt die Feuchtigkeit als Kondenswasser in den Bohnen breit machen. Deswegen sollte man, wenn man die Bohnen eingefroren hat, diese, wenn möglich, am Abend vorher erst auftauen lassen, bevor man das Gefäß öffnet. So sind die Bohnen aufgetaut und man hat keine Probleme mit der Feuchtigkeit. Dieser Tipp ist von James Hoffman. Er empfiehlt in seinem Buch bzw. in seinem Video über die Thematik, ein größeres Päckchen in kleinere Portionsgrößen aufzuteilen. In meinem Fall würde ich hier etwas über 100 Gramm in kleine Tüten oder Behälter einfrieren, die man in den nächsten Tagen verbrauchen kann. Ein Vakuumierer wäre in diesen Fällen die effektivste Methode. Inwieweit es die nachhaltigste ist, ist natürlich die Frage. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bohnen in Portionsgrößen einzufrieren. Das Mahlen von gefrorenen Bohnen funktioniert nämlich auch. Der Mahlgrad war dort bei mir erfahrungsgemäß etwas feiner. Aber ich habe gute Espressi davon getrunken. Umstritten dabei ist, dass das Wasser dann auf kaltes anstatt zimmertemperiertes Kaffeemehl trifft. Aus meiner Erfahrung hat es aber definitiv funktioniert. Vom Gefrierpunkt aber wieder zurück zur Lagerung bei Zimmertemperatur. Was ist, wenn das CO2 in der Kaffeepackung verflogen ist? Damit hat sich ein Experiment in einem Video von European Coffee Trip beschäftigt. Bohnen sind nach einigen Tagen, kommt natürlich auf die Röstung an, ausgegast. Das CO2 wird je nach Nutzung der Packung irgendwann verflogen sein, weil der Sauerstoff dieses mit der Zeit verdrängt. Zum Test wurden hier eine Vakuumdose ähnlich wie diese hier und die originalen Tüten über eine längere Zeit verglichen. Dabei kam heraus, dass tatsächlich der Kaffee in der Vakuumdose nach zwei Wochen geschmacklich besser performt hat. Das liegt vermutlich daran, dass die Bohnen nach einiger Zeit die Schutzhülle des CO2 verlieren und damit eben anfälliger für Sauerstoff in der originalen Tüte sind. Zieht man nun die Luft aus dem Container heraus, wie Vakuumcontainer es tun, wird die Alterung der Bohne durch den Entzug des Sauerstoffs verlangsamt, wohingegen die originale Tüte eben noch Sauerstoff enthält. Zum Testen habe ich mir deswegen die Fellow Atmos Box gekauft, die eben genau dies tut. Ein Behälter aus Edelstahl in wirklich guter Qualität. Mittels Drehen, Abwechseln von links nach rechts, lässt sich ein Vakuum erzeugen, was uns an diesem Pin hier angezeigt wird. Wird es eingezogen und im Inneren grün, so herrscht ein Vakuum und der meiste Sauerstoff ist herausgezogen. Es ist dadurch auch nicht mehr möglich, den Deckel zu lösen. Drücken wir nun auf den Knopf in der Mitte, lassen wir wieder Sauerstoff hinein und der Deckel lässt sich wieder abnehmen. Aber wann benutze ich nun welche Aufbewahrung? Kommen wir zum Fazit und mein Vorgehen bei der Lagerung. Wichtig ist auf jeden Fall, Licht und Luft geschützt. Darüber sind sich nun alle einig. Für den alltäglichen Gebrauch ist die originale Tüte die beste Aufbewahrung. Perfekt dabei ist, dass das CO2 vom Röstprozess direkt die Bohnen konservieren kann. Kauft ihr also Kaffee immer frisch, nah am Röstdatum und verbraucht ihn innerhalb kürzester Zeit, könnt ihr sie einfach in der originalen Packung lassen und am besten natürlich mit einem Löffel entnehmen. In diese Kategorie zähle ich mich ebenfalls, da die 250 Gramm Tüten hier wirklich nicht lange überleben. Braucht man allerdings länger als zwei Wochen für eine Packung, könnte ein Vakuumbehälter aus schon genannten Gründen die bessere Alternative sein. Die Fellow Atmos Box verwende ich aber ebenfalls, wenn ich die Packung teilweise mit einem Clip zumachen muss und ich glaube, dass sie nicht richtig verschließt. Dann kippe ich sie häufig vorsichtig in den Behälter. Anderer Fall wäre bei mir auch, wenn Bohnen drei bis vier Wochen vom Röstdatum entfernt sind und das CO2 in der Packung nahezu verflogen ist. Ab dieser Zeit scheint die Vakuumbox wohl besser abzuliefern. Für mich klappt dieses Vorgehen sehr gut, um Kaffeebohnen möglichst frisch zu halten. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung zu der Thematik Lagerung von Bohnen interessieren. Habt ihr auch einen Vakuumbehälter oder lasst ihr sie immer in der originalen Tüte? Hier verlinke ich euch noch das Video darüber, warum der Kaffee immer möglichst frisch geröstet sein sollte. Und ich hoffe, ihr konntet noch den ein oder anderen Tipp zur Lagerung mitnehmen. Wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr keine neuen Videos von mir und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.